Grüß dich, ich bin wieder Eure Bär und ich habe das Twitter-Tagebuch von mir. Ich habe das wieder ein bisschen gescheitert, weil ich nicht so viel reinge. Ich habe schon viel gewartet und jetzt muss ich das Video dann aufschütteln. Und dann hat es bei der Woche auch so viel gekriegt, weil wir mit der Hand viel, viel gekriegt. Und vorgestern haben wir in der Wohnung die Raten, die aufgekommen und da es regnet war, die haben mir zu spaziert gemacht. Und jetzt hat sie mir eingekriegt. Da war fast die ganze Kug, da war schon was so locker. Bei der Eure haben wir gefühlt ausgekehrt. Ja, das haben sie mir in den Comics gebaut, die hier unseren sogenannten Architekten. Aber ist mir zu. Und das war's nicht. Das war's nicht. Fertig, Herr Gebär. So.